Ich darf dir jetzt zeigen, wie einfach es ist, in der Paradieschenstation St. Peter Hauptstraße in Graz Click & Collect zu nützen. Als erstes gehst du auf Paradieschen.at und wählst Graz St. Peter aus. Damit ist sichergestellt, dass du nur noch Artikel siehst, die es in St. Peter auch als Click & Collect Artikel gibt. Über die verschiedenen Kategorien kann ich zielgerecht genau das suchen, was ich möchte oder es einfach oben in der Suche eingeben. Ich schmöckere jetzt durch die Gegend und gehe da einfach mal auf Getränke und da ist mir eingefallen, ja mir geht der Weinvorrat bald aus. Ich trinke sehr gerne einen Sauvignon Blanc, in dem Fall von Shell auf, muss hier bestätigen, dass ich über 18 Jahre alt bin und kann den Artikel dann bestellen. Jetzt wähle ich noch die Zahlungsoption aus PayPal, Klarna, Sofortüberweisung etc. Und in meinem Fall ist Click & Collect St. Peter schon ausgewählt und jetzt brauche ich nur noch die AGBs bestätigen und kann schon kaufen. Ich bekomme sofort die Auftragsbestätigung per E-Mail, wo eben bestätigt wird, dass dieser Kauf bereits authentifiziert ist. Es dauert nicht lange und dann werde ich schon das nächste E-Mail bekommen, nämlich das, das bereits der Wein geliefert wurde und ich ihn jetzt mit meiner Bestellnummer abholen kann. Jetzt marschieren wir einfach in die Click & Collect Station in der St. Peter Hauptstraße, gehen hinein zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntags und Feiertags von 9 bis 19 Uhr. Jetzt werde ich freundlichst empfangen und mit der Bestellnummer bekomme ich dann mein Packerl überstellt bzw. darf es mit nach Hause nehmen. Paradieschen AT – Wir bringen die versteckten Schätze ans Tageslicht. Und wir bringen die Postdaten Schätze an. Und wir lassen das, was noch, was wir machen können. Untertitelung des ZDF, 2020